Hallo und neun, willkommen bei MobiTest, hier ist Markus und willkommen zum XTU Action Cam Kameratest. Auf der Verpackung steht XTU Max 2, 6K, 30 Frames per Second. Die Verpackung ist schwer, liebe Leute. Kamera, Action Kameras. Das, was ihr hier gerade seht, wird mit einer sogenannten Action Kamera gefilmt. Mit meiner GoPro Hero. Ich liebe diese kleinen Kameras. Ich habe schon einige Testvideos dazu veröffentlicht. Die Wolfgang zum Beispiel 50 Euro, die Akaso, ich glaube 45, 50 Euro. Das hier ist ein bisschen was anderes. Die spielt wirklich eher in der GoPro Liga, zumindest was der Preis betrifft. Wir sprechen hier bei diesem Gerät von 220, 230 Euro. Und das von einem Hersteller, der mir so wirklich nicht viel sagt. Das Witzige ist, es gibt Action Kameras von diesen Herstellern von XTU schon für 60, 70 Euro. Die kostet 220. Allerdings soll die hier eine ganze Menge bieten. Meine Leidenschaft für Action Cams ist mittlerweile fast 10 Jahre alt. Das ist damals mit meiner ersten Sony gestartet. Ich weiß gar nicht, wie viel die kostet. Die war schweineteuer. Einer der ersten kleinen Action Cams, die in 4K aufnehmen mussten. Ich finde den Formfaktor immer noch einen der besten. Diese Kamera liefert natürlich auch 4K, aber diese Kamera liefert auch 6K. Wir haben die 3.0 Eisbildstabilisierung mit dabei. Das werden wir auch mal auf Mountainbike ausprobieren. Schotterstraße. 170 Grad Weitwinkel. Und es soll eine ganze Menge an Zubehör dabei sein. Diese ganze Menge an Zubehör war bei all den anderen, bei den Wofang, bei den Akasus auch mit dabei. Da war das Zubehör. Wir haben 2 Zoll Touchscreen mit dabei. Vorne und hinten. So wie wir das hier auch bei meiner GoPro kennen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Kamera. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Unboxing. Wir werden sie uns jetzt auspacken. Wir werden sie jetzt auspacken. Dann werden wir uns mal anschauen, was da alles drin ist. Und dann seht ihr hier schon die QR-Codes. Dann werden wir uns die App aufs Smartphone ziehen. Und dann nochmal die Kamera mit dem Smartphone verbinden. Und dann wird in 2-3 Wochen der endgültige große Kameratester zu erscheinen. Es gibt noch einige Besonderheiten, die diese Kamera bietet. Nachtaufnahmen. Nachtaufnahmen mit einer Actioncam. Ich bin sehr gespannt. Zeitraffer Sonnensvergang. Mal sehen, wenn das Wetter mitspielt. Vielleicht stelle ich mich dann einfach mal für eine Stunde in den Wald. Und wir machen mal eine Zeitrafferaufnahme zusammen. Auch das wird dann irgendwie auf euch zukommen. Demzufolge, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, lasst doch diesen Kanal ein Abo da. Ich würde mich hier entspannen. Und jetzt fangen wir mal an, auszupacken. Und wir haben es hier mit einem Sony. Das Sony EMX 577 Objektiv ist hier verbaut. Wir sind sehr gespannt, wie die Kamera sich anfühlt. Und wie hochwertig die Verarbeitung dieser Kamera wirkt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und dann dürfen wir das hier das ganze Zubehör sein. Ja, okay. Das brauche ich jetzt gar nicht aus der Verpackung rausnehmen. Das ist dieselbe Qualität zugehört wie bei den anderen günstigen Kameras. Okay, hier ist jetzt eine ganze Menge davon geboten. Aber okay, wir haben hier 3M Klebefolie. Aber das ist, also ja, das heißt die Klebetiketten sind deutlich hochwertiger als bei der Akaso oder bei der Wolfgang. Auch das Mikrofon, ich wette, wenn ich jetzt das Mikrofon von der Wolfgang, der war auch so ein Mikrofon dabei, finden würde und rauszupfen würde. Ich wette, das ist dasselbe. Mal den Windschutz abziehen. Ja, es dürfte sich um dasselbe Mikrofon handeln. Das ist ein anderes Gehäuse. Also ganz ehrlich, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das soll ja auch nicht um das Zubehör gehen, oder? Sondern, das soll ja um die Kamera gehen. Da haben wir das gute Stück. Die ist deutlich schwerer als zum Beispiel die Akaso oder die Wolfgang, die aber auch nur ein Viertel davon kosten. Nehmen wir sie mal aus der Verpackung raus. Das dürfte aber dasselbe. Der Akku. Die Anschlüsse. USB-C. Na, hier haben wir das Mikrofon. Okay. Da ist der Schacht für die MicroSD-Karte. Und da ist eine MicroSD-Karte schon eingebaut. Und das ist natürlich spannend. Guck mal hier. XTU 64 GB. Ich verlinke euch unten mal SD-Karten. Weil das bei diesen SD-Karten natürlich wahnsinnig wichtig ist, dass die Schreibgeschwindigkeit hoch genug ist mit 4K, 6K Filmdaten. Das sind unglaublich viele Daten. Das ist eine unglaublich hohe Anzahl an Daten, die ich dort... Guck mal. Guck mal. Das ist gut. Ich kann das Objektiv abschrauben, um hier andere Filter vorzusetzen. Das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Sehr schön. Das gefällt mir. Die Kamera fühlt sich grundsätzlich sehr gut verarbeitete Schutzfolien hier ab. Da oben ist sicher der Ein-Ausschalter. Der Touchscreen reagiert sehr sensibel, sehr schön gleich mal auf Deutsch stellen, bevor wir auf Asiatsch oder Chinesisch stellen. Nach unten wischen, um die Shortcut-Taste aufzurufen. Nach unten wischen, um die Shortcut-Taste aufzurufen. Okay. Nach oben wischen, um die aktuellen Modus zu wechseln. Okay. Nach rechts wischen aufs Album zu öffnen. Seht mal, 4K, 60 Frames ist eingestellt. Wir haben hier einen Digital-Zoom dabei. Tatsächlich? Wir können zoomen. Wir haben hier Indikatoren. Ups. Normales Video, Zeitraffer, Zeitlupe, Autolooping, Unterwasser, Quickstories, Videofotos, Nachtmodus. Wenn ich hier drauf drücke, 4K, 60, Auflösung. 4K, 6K, 30, 4K, 30, 4 zu 3. Das ist natürlich super. 4K, 30 Superview, 4K, 30 HDR. Ist eine ganze Menge geboten. GyroEyes aus. Können wir einschalten, sobald wir irgendwie mal unterwegs sind. Sättigungen, hier kann man eine ganze Menge einstellen. Grundsätzlich, klar, zur Filmqualität kann ich noch nichts sagen. Eine Sache, die mir bei der GoPro super gut gefällt, die mir hier ein Stück weit fehlt. Ich muss also immer mich entweder des Unterwassergehäuses behelfen oder jenes Teil hier nutzen, um die Kamera auf ein Stativ zu befestigen. Schiebt man so raus. Dann packt man die Kamera so rein. Und dann schiebt man das Ding wieder rüber. Und schon kann ich diese Kamera montieren. Alles klar. Das finde ich ganz gut gemacht. Seht ihr, dass man hier, obwohl die Kamera im Gehäuse eingesperrt ist, an den USB-C Schacht rankommt. Warum finde ich das ganz wichtig? Weil ich ein externes Mikrofon habe. Jenes hier. Und das werde ich gleich mal gucken, ob ich das auch hier anschließen. So, da ist die App installiert. Anweisung zur Beantragung einer Genehmigeworte. What, what, what? So, streichen Sie schnell. Tippen Sie auf das WLAN-Symbol, um WLAN zu aktivieren. Nächste. So, Verbindung erfolgreich hergestellt. So, da sehen wir die Kamera. Wir können jetzt hier starten. Was mich natürlich, hier haben wir Einstellungen. Das heißt, wir können hier die Kameraeinstellungen durchführen. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne die Firmware aktualisieren. Firmware-Update. Oh, jetzt läuft hier ein Firmware-Update. Das ist natürlich auch spannend. Okay, das ist spannend. Diese Taste, die hier, drei Sekunden gedrückt halten. Eins, zwei, drei. Und jetzt sollte das Front-Display funktionieren. Okay. Dann wechseln wir mal die Kamera, oder? Checken wir mal kurz die Leistung der Kamera. Wie ihr seht, ich habe hier das Mikrofon, welches mit dabei war. Und machen jetzt hier kurz mal so ein paar, ein, zwei kleine Testaufnahmen. In 4K bei 30 Frames in der Sekunde. Und was haltet ihr davon? Wie ist die Qualität dieser Kamera? Ich bin gespannt, wie das Mikrofon ist. Ich halte ja nicht sonderlich viel von diesem Mikrofon. Es wird natürlich ein ausführliches Testvideo mit dieser Kamera geben. Wir werden durch die Natur fahren. Wir werden Fahrrad fahren. Wir werden das Ding im Auto befestigen. Wir werden die Stabilisierung testen. Wir werden die verschiedenen Aufnahme-Modis testen. Wir werden gucken, wie gut ist diese Kamera wirklich. Wir werden die Nachtfunktion testen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wenn ihr dieses Testvideo nicht verpassen wollt, wenn ihr dieses Testvideo nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten unseren Kanal. Das erste, was ich hier wirklich sagen kann, ist, dass die Qualität dieser Kamera, die Verarbeitungsqualität, ein GoPro-Niveau hat. Jetzt wollen wir mal gucken, ob auch die Aufnahmen und alles Weitere zumindest in derselben Liga spielen. Vielen Dank bisher, Markus von Mobitest.